Draabu-en-Naga, Draabu-en-Naga, auch Dra-Dirabu-el-Naga-el-Nega, Draabul-Naga-Nega, ist ein Dorf und eine archäologische Städte auf der Nil-Westseite in geringer Entfernung zum Fruchtland und südlich des Dorfs Etarif bzw. nördlich von Etir-el-Bari. Hier befinden sich mehrere Gräber von Beamten des Neuen Reichs und die für Besucher nicht zugänglichen Gräber von Königen und Königinnen der 17. und beginnenden 18. Dynastie. Hintergrund Das Dorf Draabu-en-Naga gehört zu den östlichsten Dörfern auf dem Debanischen Westufer. Es befindet sich östlich von Etir-el-Bari. Nur Etarif liegt östlicherlicher. Im Umkreis des Dorfes befindet sich eins der größten Gräberareale auf dem Westufer überhaupt, das auch von neuzeitlichen Überbauungen verschont geblieben ist. Mit größenordnungsmäßig 85 der reichlich 400 bekannten dekorierten Beamten und Privatgräber besitzt der Friedhof nicht nur eine mengenmäßig große Bedeutung. Hier befinden sich auch die Gräber der Könige, Königinnen und Privatpersonen aus der 17. und der beginnenden 18. Dynastie. Diese Bedeutung konnte das Gebiet aber nicht davor bewahren, dass es sowohl von Wissenschaftlern und Touristen kaum beachtet wurde. Nur wenige Einzelgräber sind bis heute veröffentlicht worden, und eine räumlich und zeitlich zusammenhängende Untersuchung fehlt bis heute. Bis heute bedecken noch gewaltige Schuttberge Zeugnisse aus 2000 Jahren Geschichte. Zu den ältesten Zeugnissen zählen die Königsgräber der 17. Dynastie, ab 1650 v. Chr., zu den jüngsten die der großen frühchristlichen Klosteranlage von der Elbertschied, des antiken Paulosklosters, Engel. Der Elberkid. Seit 1991 wird das Gelände durch das Deutsche Archäologische Institut unter Leitung von Daniel Polz, seit 1994 in Zusammenarbeit mit der University of California, untersucht. Zu den bedeutendsten Entdeckungen gehörte das riesige Felsgrab H93.11, das wohl das Grab Amenophis I. darstellt und während der 20. Dynastie von Ramsesnacht, einem hohen Priester des Amun, wieder benutzt wurde. 2001 wurden die Überreste der Lehmziegelpyramide und der Grabanlage des Königs Nabkepere in Tef aus der 17. Dynastie lokalisiert. Seit 2004 wurden Parallelgrabungen an der Klosteranlage der Elbertschied unter Leitung von Günther Burkhardt und Ina Eichner vom Ägyptologischen Institut der Universität München durchgeführt. Am 22. März 2014 wurden im Bereich des Klosters mehrere Goldmünzen aus dem 6. Jahrhundert gefunden. Im Jahr 1999 wurden erstmals zwei Gräber, die des Schuhreu, 13, und Reu, Titi 255, für Besucher zugänglich gemacht. 2010 folgte das Grab des Eminmobt, Titi 148. Anreise Die Anreise ist recht einfach. Vom Tickethäusen, hier muss auch das Ticket gekauft werden. In Scheichabd-El-Kurna fährt oder läuft man entlang der Asphaltstraße nach Norden in Richtung Tal der Könige. Kurz vor dem Abzweig zum Tal gelangt man über eine kurze Piste, die beibeginnt, zu den östlichen Gräbern. Sehenswürdigkeiten Die Gräber dieser Gruppen befinden sich in geringer Entfernung. Links, südlich, befindet sich das Grab des Schuhreu, 13, Titi ist die Abkürzung für Tebantum, Debanesches Grab, und rechts das des Roy, 255. Darüber befindet sich das erst 2010 wieder zugänglich gemachte Grab des Eminmobt, 148. Nachster zur linken der Piste kann man einen kurzen Blick auf das Grabungsgelände des Deutschen Archäologischen Instituts werfen. Das Ticket, an Tickethäusen in Kurna zu erwerben, kostet Le 40, für Studenten Le 20, Stand 11 2019. Fotografieren ist in den Gräbern verboten. Grab des Schuhreu, Titi 13 Das bis heute unpublizierte Grab gehört dem Beamten Schuhreu, Schuhreu, Vorsteher der Plattenträger des Amun, und seiner Ehefrau Wernufer, die in Ramesi die Scherzeit lebten. Es besteht aus einer schmalen Längshalle, an die sich eine breite Querhalle anschließt. Die heute nicht mehr vollständig erhaltenen Darstellungen der beiden Seitenwände der ersten Halle sind in zwei Registern, Bildstreifen, angeordnet, leider aber nicht vollständig ausgeführt, wie die Vorzeichnungen am Eingang und im unteren Register zeigen. Auf den Laibungen der Eingangstür sind noch die Überreste des Grabherrn und seiner Ehefrau in Anbete in der Haltung zu sehen. Der äußere Türsturz zeigt in einer symmetrischen Doppelszene den Verstorbenen und seine Ehefrau vor Opferaufbauten und Göttern. Das obere Register der linken Wand der Vorhalle zeigt in Vorzeichnung einen Torwächter mit Messern und zweimal den Grabherrn und seine Ehefrau beim Anbeten von Gottheiten. Die hinteren Gottheiten sind Matt, Göttin der Gerechtigkeit, und der Sonnengott Reherachte mit seiner Sonnenscheibe, die in einem Kiosk sitzen. Darunter erkennt man die Reste einer Szene, in der das Ehepaar wohl Götter und den König und die Königin anbetet. Leider sind die Namenskartuschen leer. An beiden Seiten befinden sich zwischen den Ehepartnern und den Götternopferaufbauten. An der rechten Wand sieht man im obersten Register den Grabherrn bzw. seine Ehefrau, wie sie verschiedene Gottheiten in Kiosken anbeten. Am linken Ende befindet sich Gott Osiris in einem Kiosk. Zu den Gottheiten gehören auch kauante Dämonen. Im unteren Register betet das Ehepaar wiederum die Gottheiten Matt und Reherachte an. An der Rückseite der Halle befindet sich zu beiden Seiten der Tür ein Dirtpfeiler, Symbol der Dauer, und zwar links auf dem Symbol des Westens, Symbol des Totenreiches, und rechts auf dem des Ostens, dem Reich der Lebenden. Die Decke ist mit farbigen Kreuzen und Wellenlinien auf gelben Grund dekoriert, sie besitzt aber keine Inschrift. Die Tür zur hinteren Halle zeigt auf den Laibungen den Grabherrn und seine Ehefrau in Vorzeichnung. Die Halle besitzt an seiner Rückwand eine Nische, die für die Statue des der Verstorbenen gedacht war. Die linke Eingangswand zeigt eine Fülle von Details, die in vier Registern angeordnet sind. Oben sieht man Gabenträger mit Gemüse, darunter den Verstorbenen und seine Verwandten im Garten. Die unteren beiden Register sind der Totenprozession gewidmet, zu der auch wieder Gabenträger und tanzende Kinder gehören. Links neben der Nische sieht man in zwei Registern einen Priester und Klagefrauen vor der Mumie bei der Mundöffnungszeremonie und den Knien den Grabherrn vor der Hathurku im Gebirge, dies ist die Göttin des Westens und Herren über das Totenreich. Zu Rechten erkennt man den Schreibergott Tod, wohl mit dem Verstorbenen, vor Osiris, Isis und Neftis, und darunter einen Mann beim Weihrauch und Wasseropfer vor Opferaufbauten. Auf der nördlichen Eingangswand. Grab des Roy, Titi 255 Das Grab gehört Roy, der von seinem König wahrhaft geliebte Schreiber und Domänenvorsteher der Kapelle des Harem Hab im Amun-Tempel, und seiner Ehefrau Tavivai, größte der Haremsfrauen der Mut und große Gelobte der Hathur. Das Grab war wohl auch für sein Bruder Achmos Nefatiri die Huti, königlicher Schreiber und hohe Priester der Herrin der beiden Länder, und, wohl, seiner Ehefrau Bui, Sängerin des Amun und größte der Haremsfrauen der Mut, bestimmt. In einer Szene wird ein weiteres Ehepaar genannt, das wohl mit der Familie des Verstorbenen eng verwandt war, Amin Muth, königlicher Schreiber und Vorsteher der Scheunen des Herrn beider Länder, und seine Schwester und Gattin Muth, Hausherrin und Sängerin des Amun. Sie lebten, wie der Titel des Reut zeigt, zur Zeit des Königs Harem Hab. Das Grab ist mindestens seit Jean-François Campoillon, 1790 bis 1832, bekannt. Gründlich wurde das Grab erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Marc-Ellebaud und Etienne Triuton untersucht und veröffentlicht. Das Grab besteht nur aus einer etwa rechteckigen, aber unregelmäßig in den Fels geschlagenen Kammer. Auf den Gipsverputz wurden die noch sehr gut erhaltenen Malereien auf hellblauem Untergrund aufgetragen, die wohl zu den schönsten der Beamtengräber zählen. In der rechten Ecke hinter dem Eingang befindet sich der Schacht für die Bestattungen. An der linken Eingangswand, 1, befinden sich Darstellungen in vier Registern, oben bringt ein Mann ein Kalb und zwei Körbe zum Verstorbenen und seine Ehefrau, in den nächsten beiden Registern sieht man Männer beim Flügen, und im untersten Register wird die Flaxernte thematisiert. Auf beiden Seitenwänden sieht man ganz oben einen Freis mit dem toten Gott Anubis als Schakal, Hathorköpfen und Inschriften, die Titel des Grabherrn und seiner Ehefrau nennen. An der linken Wand, 2, im Register darunter sind in fünf Szenen von links der bereits genannte Amin Mubt und seine Ehefrau, wie sie Nefertum und Mat anbeten, zweimal Roy und seine Ehefrau, wie sie Reharachte und Hathor bzw. Atom und die Götterneuenheit anbeten, wie Roy und seine Ehefrau von Horus zur Waage, auf der das Herz des Verstorbenen gewogen und für gut befunden wird, und wie Roy und seine Ehefrau von Hars Aesse zu Osiris, Isis und Nephtis geführt werden. Im Register darunter wird die Totenprozession dargestellt, zu der der Sargschlittenzug, Priester und Klagefrauen gehören. Ziel ist am rechten Ende die Mumie des Verstorbenen, die vom toten Gott Anubis vor der Grabstelle des Verstorbenen und seinem Pyramidengrab in den Bergen gehalten wird. Auf der rechten Wand, 4, ist nur ein Register in der oberen Hälfte angelegt worden. Es zeigt einen Priester mit zwei Klagefrauen, wie sie Opfer gaben mit Weihrauch und Wasser vor dem Grabherrn, seiner Ehefrau und zwei weiteren Frauen weihen. In der nächsten Szene weihräuchert ein Priester und Opfer Zwiebeln dem Grabherrn und seiner Ehefrau. Die letzte Szene ähnelt inhaltlich wieder der ersten, sie ist aber heute Grab des Amin Mubt, TT 148 Das Grab gehört Amin Mubt, Amin Mubt, Amenem Ipeet, der in der Regierungszeit von Ramses III als dritter Prophet des Amun wirkte und im 27. Regierungsjahr Ramses III zum Hohepriester der Göttin Mut in Escheru aufstieg. Das Amt behielte er auch unter Ramses V. bei. In seinem Grab sind sein Vater Tjanefa, der dieselben Titel trug, seine Mutter Nefa Tare, Leiterin der Musikgruppe des Amun, seine Großeltern väterlicherseits, seine Schwiegereltern, seine Ehefrau Ntamirid, Leiterin der Musikgruppe des Amun, und Tamid, Sängerin des Amun, sein Sohn Jusamarenacht, erster Prophet der Mut in Karnak, sowie seine Tochter Mutemvia, Leiterin der Musikgruppe des Amun, und weitere Familienmitglieder genannt. Sein Vater Tjanefa ist durch sein Grab TT 158 bekannt. Das Grab ist seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannt. Erster Europäer war 1817 der irische Adlige Samaset Lauri Curie, zweiter Earl Bellmore, 1774 bis 1841, wie aus den Reiseüberschreibungen seines Arztes Robert Richardson, 1779 bis 1847, hervorgeht. Ihm folgten unter anderem 1825 der britische Ägyptologe James Burton, 1788 bis 1862, 1828-1829 der italienische Ägyptologe Ippolyte Rossellini, 1800 bis 1843, 1844 die deutsche Lepsius-Expedition und weitere, ohne dass jedoch eine ausführliche Publikation vorgelegt wurde. Die letzten Untersuchungen stammen aus den frühen 1990er Jahren von der deutschen Ägyptologin Friederike Kamp, geboren 1960, und zwischen 1990 und 2008 vom neuseeländisch-australischen Ägyptologen Bojo G. Ocking. Vor dem Grab des Seminmub befindet sich ein Hof, der einst im Osten durch einen Pylon abgeschlossen war. Im Hof befinden sich ein Grabschacht und unmittelbar vor dem Grabreingang die Überreste zweier Säulenbasen. Das Grab ist d-förmig. Es beginnt mit einer breiten Hall geringer Tiefe, an der sich die Längshalle und die Grabkapelle anschließen. Unmittelbar vor der Kapelle gehen nach beiden Seiten je eine Grabpassage ab. In der linken Passage befinden sich mehrere Grabkammern sowie die Grabkammer des Grabherrn. Die Laibungen des Grabeingangs, 1, waren einst beschriftet, die linke enthält noch Textreste. Die schönsten Darstellungen folgen bereits in der Querhalle. Die linke Eingangswand, 2, enthält Darstellungen in zwei Registern oder Bildstreifen. Im oberen Register erkennt man einen Sempriester mit seinem Pantherfell vor einer Gottheit und daneben den Grabherrn, wie er vom Schreibergott Tod zu Osiris geführt wird. Tod und Osiris sind verloren. Im unteren Register begegnet uns der Grabherr zweimal als Sempriester, wie er seinen Großeltern und Eltern opfert. An der linken Schmalwand, 3, sind der Grabherr und seine Ehefrau als Sitzstatuen dargestellt. Zwischen ihnen befindet sich ihre Tochter. Die Inke Rückwand, 4 bis 5, ist weniger gut erhalten und enthält Darstellungen in zwei Gruppen mit 3 bzw. 4 Registern. Im oberen Register der linken Gruppe wird der Grabherr mit dem Ehrengold ausgezeichnet. Am rechten Ende ist Ramses 3. Mit der blauen Krone unter ein. Grab des Raya, Titi 159 2019 wurden zwei weitere Gräber zugänglich gemacht, die zwischen 2015 und 2018 vom ägyptischen Altertümer-Ministerium restauriert wurden. Das Grab des Raya, des vierten Propheten des Amun, und seiner Gemahlin Mutemvia stammt aus der 19. Dynastie. Grab des Ne, Titi 286 Auf dem Bergkamm finden sich die ausgedehnten Überreste eines einstigen frühchristlichen Klosters, das mittlerweile eingezäunt ist. Das Kloster und seine Lage sind seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Zu dieser Zeit gab es noch Mönchszellen mit bemalten Türbögen. Gefunden wurde hier auch ein Friedhof mit etwa 100 Bestattungen und zahlreichen Ostraka, beschriftete Tonscherben, mit koptischen Urkunden. Spätere Grabungen haben dem Kloster stark zugesetzt, so dass heute nur noch wenige Überreste vorgefunden werden. Das Kloster ist das größte in Thebenwest und trotz alledem das am besten erhaltene. Das Areal wird seit 2004 vom Institut für Ägyptologie die Universität München und dem Deutschen Archäologischen Institut erforscht. Aus den geborgenen 175 Ostraka ließ sich auch der Name des Klosters, das Pauloskloster, ermitteln. Das Kloster bestand wohl zwischen dem 5. bis 9. Jahrhundert. Es wird vermutet, dass es seine Blütezeit im 6. bis 8. Jahrhundert gehabt haben könnte. Bisher wurden das Klosterzentralgebäude mit dem Refektorium, Speisesaal, Wirtschaftsgebäude, Mönchszellen und Gräber freigelegt. Das Refektorium besteht aus paarweisen Sitzringen um einen gemauerten Tisch. Die Wirtschaftsgebäude dienten der Lagerung von Vorräten in gemauerten Behältern. Andere Räume dienten als Weberei. Hier wurden noch die zugehörigen Webstuhlgruben gefunden. Die Mönchszellen einschließlich des Mobiliars wie Betten und Wandnischen wurden ebenfalls aus Lehmziegeln gemauert. Die Lage der Klosterkirche N. ist bisher nicht bekannt. Auf dem zum Kloster gehörenden Friedhof wurden die Gräber in Rhein angelegt. Zu den bisherigen Funden gehören Keramikgefäße und eine Glasflasche, die aus dem 8. Jahrhundert stammen. Küche Ein kleines Restaurant gibt es im Bereich von Sheikh Abd el-Kurna, weitere in Jazirat el-Bairat und Jazirat el-Ramla sowie in Luxor. Unterkunft Die nächstgelegenen Hotels findet man im Bereich von Sheikh Abd el-Kurna. Unterkünfte gibt es zudem in Jazirat el-Bairat und Jazirat el-Ramla, Tod el-Bairat, Luxor sowie Karnak. Ausflüge Der Besuch von Draabu en Nagal lässt sich mit dem Besuch anderer Beamtengräber z.B. in Sheikh Abd el-Kurna verbinden. Zum weiteren befindet sich im Süden der Tempel von dir el-Bairat. Untertitelung des ZDF, 2020